Ich begrüße Dich zu dieser kurzen Meditation. Sie dient dazu zu erkennen, was Du eigentlich wirklich wünschst von Dir, vom Leben, was Dich wirklich glücklich macht und was es ist, was sich davon abhalten könnte, Dein wahres Potenzial zu leben. Eine Übung, die sich besonders an Portal-Tagen eignet. Denn wir werden uns nun mit der Quelle verbinden. Hierzu kannst Du Dich wieder in eine bequeme Position begeben, die Augen schließen und wir konzentrieren uns auf unsere Atmung. Du machst einen tiefen Atemzug über die Nase und atmest über den Mund wieder aus. Du bleibst mit Deiner Konzentration bei Deiner Atmung. Fühle bei jedem Ausatmen, wie Du immer mehr in die Entspannung kommst. Du fühlst Dich gut, frei und ganz ruhig. Du bist voll im Hier und Jetzt und bereit, mit der Quelle allen Seins in Kontakt zu treten. Ein Kontakt, der immer da ist, da Du Teil der Quelle bist. Aber es geht nun darum, dies ganz bewusst zu tun. Du bist in vollkommenen Einklang mit Dir selbst. Stell Dir nun vor, wie Du über Deinem Kopf das Kronenchakra öffnest. Es dreht sich langsam, ist ein leichter Wirbel, der nach oben immer größer wird. Und Du siehst, wie ein strahlendes Licht von oben aus dem Universum in Dein Kronenchakra führt. Es ist warm, strahlend hell und führt durch Deinen ganzen Körper. Es wärmt Dich von innen und es hüllt Dich von außen ein. Du bist nun in einer Lichtblase und fühlst Dich total geborgen. Bade in diesem Licht des Universums, geschickt von der Quelle. Spüre in Dir ein Gefühl der Stärke und der Freude. Du bist in der totalen Hingabe zum Jetzt. Lass los von allen Gedanken. Tauche hinein ins Göttliche. Nun ist es soweit. Du kannst die Quelle befragen. Frage, bin ich im richtigen Umfeld? Bin ich mit den richtigen Menschen zusammen? Bin ich auf dem richtigen Weg? Gibt es etwas, was ich verändern muss? Was braucht meine größte Aufmerksamkeit? Rorsche in Dich hinein. Vielleicht entstehen Bilder. Vielleicht hörst Du Worte. Achte auf die Gedanken, die kommen. Alles, was jetzt in Dein Bewusstsein tritt, ist die resonierte Antwort der Quelle. Ich lasse Dich nun einige Zeit allein. Wenn du auf gib 하나. Ich lasse Dich nun etwas aus Herstes. Ich lasse Dich nun neue Gerüte. Abspannende Scha tapieren. Zaatmen. Verplexe Dich nun ohne Fan. Seigne ich hier gleich. Jetzt flitzend amisv șiun. Was auch immer du empfangen hast, zweifle es nicht an. Wenn es in deinem Herzen angekommen ist, wenn du die Wahrheit gespürt hast, dann weißt du, dass du 100% eine Antwort erhalten hast und gehe davon aus, dass du hierna die richtigen Schritte einleiten wirst und dies muss noch nicht einmal aktiv und bewusst sofort geschehen. Denn das Manifestieren des richtigen Weges, der wahren Wünsche, wenn sie dann erkannt sind, geschieht automatisch. Du resonierst, was du bist und was du fühlst und was du denkst. Deine Antworten stehen in deinem Seelenplan und es geht nur darum, sich zu erinnern und sich von den Manipulationen der Außenwelt zu befreien. Das wahre Ich ist immer tief in dir und verbunden mit der Quelle des Seins. und sie wird dir immer helfen, dich frei zu entfalten, um deiner Lebensbestimmung folgen zu können. Und hierfür wünsche ich dir viel Erfolg. Geheimnis. Untertitelung des ZDF, 2020